Diese hier zum Kauf angebotene 1,5 Zimmer Wohnung befindet sich in Kassel. Das Objekt wurde 1993 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Die Wohnung verfügt über einen Balkon. Die Wohnfläche der Wohnung liegt bei ca. 33 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Immobilie beläuft sich auf 52.000 Euro. Wohntraumimmobilien steht Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung.